Die Stadt Villach ist normalerweise Ende Juli und Anfang August ganz offiziell eine einzige Festzone. Wenn gerade keine Pandemie ist. Denn wie schon im vergangenen Jahr ist die Großveranstaltung auch heuer wieder abgesagt worden. Um trotzdem ein wenig Brauchtumsfest-Feeling zu haben, veranstalten nun einzelne Wirte Hauskirchtage. Der Villacher Stadtregierung bereitet das Sorge. Sie appelliert an Wirte und Gäste und bietet ab kommender Woche Impfungen ohne Voranmeldung an. Diese können im Rathaus wahrgenommen werden. Lediglich ein Lichtbildausweis sei mitzubringen, heißt es in einer Medienaussendung der Stadt. Die Impfungen können sowohl während der sogenannten Kirchtagswochen am 6. und 7. August als auch während der Summerfeeling-Abende am Mittwoch, dem 11. August unter Freitracht-Veranstaltungen ab Freitag, dem 13. August wahrgenommen werden. In einer Aussendung ist zu lesen, Wir erinnern die Wirte an ihre Verantwortung als Veranstalter und wir bitten auch die Gäste zu bedenken, die Pandemie ist nicht vorbei. Steigende Corona-Zahlen beweisen dies eindeutig. Auch in der Traustadt bereiten die Infektionszahlen Sorgen. Wochenlang verzeichnet Villach eine 7-Tage-Inzidenz von 0. Binnen kurzer Zeit ist sie aber auf fast 30 angestiegen. Und der Trend zeigt nach oben, wie auch die Stadtführung warnt. Wir haben leider schon mehrmals gemeinsam erleben müssen, dass solche unerfreulichen Inzidenzentwicklungen zu harten Maßnahmen und Einschränkungen führen können. Niemand von uns kann dies ein weiteres Mal wollen.